Ich schaue, dass ich vielleicht versucht habe, etwas mehr kompliziertes zu vermitteln, für den Vorteil unserer Block-Headed-Driver hier. Hey, nicht auf mich schuldig. Ich habe nie vergessen, dass hier ein Con-Man, Charles, geboren und geboren. Nur weil es so gut klingt, kann ich nicht wissen, dass er ein verdammtes Thema weiß, was er darüber spricht. Ich finde das so geil, wie das hier alles so Natur ist, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und wenn man überlegt, wie lange das her ist, das ist gar nicht so lange her, ne? Da renten ein Häschen. Oh, süß. Du willst nicht plattfahren aus Versehen. Rennen weg in den Wald. Die ist jetzt heiß, zu erkennen am Sonnensymbol. Werde sicher, dass du dich deiner Umgebung entsprechend kleidest. Okay, das heißt, ich kann mich theoretisch umziehen, oder wie? Wie mache ich das? In der Tasche? Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht mehr. Oder mache ich das hier über das Waffenrad? Kann ich kurz absteigen? Naja, okay, ich glaube, das machen wir gleich, wenn wir im Lager sind. Ja, aber ich meine, das hier ist eine Straße, die wir gerade gehen, ne? Ich finde das krass. Wie verbunden mit der Natur die Menschen damals noch gelebt haben, ne? Hier ist alles grün. Ich finde es einfach geil. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, es ist einfach geil. Ah, okay. Das klingt gut. Stimmt. Die Pinkertons. Die sind mir noch unlieber als die... als die O'Driscolls. Das ist jetzt. Und wie hoch würdest du denken, Dutch ist wirklich zu lieben? Es ist nur... Du weißt, vielleicht ist es mir, die hat geändert, nicht ihn. Aber wir haben immer gesagt, dass dieser Faerie-Job nicht richtig fühlt. Du und ich hatten einen richtigen Lied in Blackwater, der hätte funktioniert. Vielleicht. Es ist nur nicht wie Dutch, seine Kopf so wie das. Dinge gehen manchmal falsch. Das stimmt. Es ist nur wie es ist. Es ist immer schon gewesen. Ich? Du? Dutch? Wir haben alle in dieser Linie gearbeitet seit langem. Und wir sind immer hier. Hm. Wer ist denn da? Ich finde, wir müssen uns ein Riechen haben, ein Riechen. Ist das ein Riechen? Das kann ich richtig erkennen. Was macht er da? Das ist doch so geil, oder? Das ist so cool, sich so seine Medizin aus der Natur zu holen und so. Ach, die Menschen waren damals schon... Das war schon eine geile Zeit, glaube ich. Das war zum Leben schon eine geile Zeit. Wenn man natürlich auch bedenkt, wie jung die Menschen damals noch gestorben sind und wie gefährlich und kurz manche Leben waren. Aber trotzdem, guckt euch das mal an, so hier in der Natur. Ich mein... Entschuldigung. Ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Das ist schon sehr, sehr cool irgendwie. Für diese Zeit-Epoche. Jo, mach ich. Okay. Mach das. Da, mach das mal. Jump on. Hier rein. Jo. Wir gucken, dass ich nicht wieder gegenüber dem Baum gegenreite. Ich denke, dass das für uns funktioniert, Arthur. Für jetzt, irgendwie. So. Endlich sind wir da. Mein Gott, hat das gedauert. Ach. So. Das finde ich auch. Das hoffe ich doch. Bis zum Ersten, ja. Arthur und ich waren about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then, Micah got you all excited about that ferry and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck. East of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Oh. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. The German. For robbing banks to usury, we see him more than dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough. But we are safe now. And we are far too poor. So it's time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now, get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town. All mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, uh, we need food, real food. That means every day, one of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now, be sensible out there. Now, the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Ha. Miss Jackson. I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Erstmal eine Flumse. Rechter, der Mann. Kapitel 2. Horse-Show-Overlook. Horse-Shoe? Eigentlich ja Schuh, ne? Ein paar Wochen später. Das ist so schön. Das ist so schön, dieses Spiel. Ja, aber man, wenn ich so 100% sicher wissen, was so eigentlich vorgefallen ist, ne? Danke schön. Isst, trink und ruh dich aus, um deine Kerne aufzufüllen. Umgezogen sind wir. Ja, das glaube ich auch. Oh, danke. Und du? Ich werde ein Buch lesen. Alright. So, neuer Tagebucheintrag. Okay. Was sagt die Uhr? Arthur, mein Mann, mein lieferer Mann. Was ist passiert? Nichts. 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 Für die erste Mal in Wochen. Nichts. Ich hoffe, das bleibt so. Aber ich habe das Gefühl, das wird nie lange so sein. Ich hoffe so, Dutch. Das ist richtig. Können wir noch irgendwie... Okay. Können wir wohl nicht reden? Haben wir eigentlich morgen? Warte mal. Ja, ich bin freundlich zu ein. Ups. So, möchte ich gern. Ach, das war der Mr. Pearson hier. So, es gibt einen Topf. Wo gibt es einen Topf? Ich habe Hunger. Hier gibt es keinen Eintopf. Hier ist die Lagerkasse. Die interessiert mich am wenigsten von allem. Dachst du, du wärst in Valentine. Ach, ne, die haben ja ausgekundschaftet. Ich habe irgendwie falsch verstanden. Sehr gut. Was ich gerade nochmal machen wollte, was haben wir eigentlich mit unserem Gefangenen gemacht? Erstmal mit Herr Strauß reden. Bin ich auch. Eigentlich geil. Mach ich. Ähm, also. Ich will Eintopf. Wo ist der Eintopf? Da ist der Eintopf. Hm, yummy, yummy. Nehmen. Ah, boah, geil. Boah, hätte ich jetzt auch Bock drauf. Boah, ich mache mir jetzt gleich erstmal Frühstück. Boah, das sieht lecker aus. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch Bock drauf. Ja. Essen. Ja, direkt rein in die Rübe. Ah, guck mal da. Und einfach auf den Boden geschmissen. So kennen wir ihn, den guten. Ja, well, we'll leave it there in the hand. Hm, der arme Kerl, der hat aber ja was gegessen. Er hat was gekriegt. Er tut mir schon ein bisschen leid. Er hat ja eigentlich nichts getan. Ja, tut mir leid. Ich kann dir leider nichts geben. Okay, was haben wir denn hier so noch? Sollen wir denn Schlachter? Da können wir beispielsweise gejagte Tiere hinbringen, ne? Meine ich? Spenden und Verbesserung. Verbesserung. Was können wir denn hier machen? Mr. Morgan, bring me some Materials. Ah, und dann kann er uns Sachen verbessern. Geile Mucke. Okay, hierfür brauchen wir... Die Person kann das noch nicht herstellen. Kaufe Lederbearbeitungswerkzeug, verbessere den Arzneiwagen zweimal. Ah, okay, geil. Boah, die hier sieht schon fett aus. Die aber auch. Die sieht sehr nach Schnee aus. Die ist eigentlich cool. Die ist... Aber die ist schon geil. Okay, unsere Unterkunft können wir hier verbessern. Dafür brauchen wir Sachen. Okay, ich gehe das gerade mal alles durch. Wenn wir das dann machen wollen. Dann gucken wir uns das nochmal an, was genau wir brauchen. Wir müssen hier auf jeden Fall Tiere jagen. Und ihm die Sachen bringen. Lagerverbesserung. Habe ich im ersten Spieldurchlauf kein einziges Mal gemacht. Diesmal werde ich das auf jeden Fall machen. Ich werde mir auch Zeit nehmen für das letzte. Ich werde das Spiel jetzt nicht runterfrühstücken. Sondern ich werde mich wirklich auch damit beschäftigen. Ich spiele das auch, weil ich einfach nochmal Bock drauf habe. Und nicht um jetzt irgendwie schnell durch zu sein, schnell die Story runterhusteln, weil das ist nicht das richtige Spiel dafür. Die Story ist sehr, sehr geil und macht auch sehr, sehr viel Spaß. Aber ich möchte das ganz gemütlich machen. Und es sieht aus wie zu Hause. Es hat sich in der Lage gemacht. Guten Tag, Scrimshaw. Ach, so ein Bastard. Ja, ja. Ja, Leute. Was? Ja, das ist Sadie. Ich meine natürlich Miss Sädler. Ja, arme Frau. Können wir mit dir reden? Das ist der Lied von Abigail. Abigail ist auch korrekt. Mal nach dem Buben gucken. Oh, hab ich irgendwie mal um die Flasche umgetreten. Sorry. Na du? Was geht? Das ist übrigens Johns Sohn. Also das Sohn von John und Abigail. Putzig. Okay, well, let's talk more later. Okay. Putzig. Ja, Leute. Ich würde sagen, ähm, ich mache jetzt hier ein kleines Aufnahmepäuschen. Will noch mal ganz kurz gucken, noch mal kurz mit jedem reden. Hacken kann ich hier. Ah, hier kann ich Feuerholz hacken. Irgendwann kann ich ein bisschen ein bisschen arbeiten hier. Ja, super. Na dann mal los. Achso, das ist quasi, das muss ich nicht selber machen. Doch muss ich. Und zack. Geil, was bringt uns das, wenn ich das mache? Bringt uns das irgendwas oder ist das einfach Beschäftigungstherapie? Also wie ich das Spiel kenne, machen wir das nicht umsonst. Irgendwas werden wir davon haben, dass wir das machen. Entweder bauen wir ein bisschen Muckis auf oder irgendwas, ne? Aber für die Gesundheit ist das gut. Und hacken wir einmal alle durch. So viele sind es ja nicht. Drei Stück noch. Und zack. Ja, fürs Feuer brauchen wir das natürlich. Ah, ist auch stabil gefällt, muss ich sagen. Stabile Stücke. Ordentlich abgetrennt. Und das letzte. Mal gucken, ob wir irgendwas dafür kriegen. Irgendeine Belohnung. Faith, oder? Du kannst Ehre und Charakterwerte verbessern, indem du alltäglich Aufgaben im Lager erledigst. Die Bande wird dir diese Hilfe anerkennen. Aha. Wusstet auch, ich mach das nicht umsonst. So. Wir haben, glaube ich, noch nicht geredet, oder? Ja. Ja. Ich glaube, du bist richtig. Hm. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich dachte, du wärst glücklich, dass du auf dieser Mauten sein würdest. Oh, ich weiß nicht. Du hast dich nicht seit einem Zeit lang gewesen. Insofern, ich will dich nicht verhörtern. Ich muss alleine sein. Was ist das? Können wir das lesen? Brief. Mollys Gedicht. U-I-Breach. Was? U-I-Breach. Was? Keine Ahnung. Ich war ein Mädchen, bis du mich bestelltest übers Meer. Mir bleibet nichts, gab alles an dich. Meine Liffey war so winziglich. Dein Land, deine Liebe, weit und frei gar sehr. Ich war ein Mädchen, du riefst mich. Herr. Hätte noch gepasst. Du warst stark, groß und düsterlich. Du stahlst den Herzschlag von mir. Mir bleibt nichts, gab alles an dich. Deine Lippen verzaubern, deine Augen fesseln mich. In Ekstase ist dein Herr. Ich war ein Mädchen, du riefst mich. Riefest mich. Deine Schmarotzer und Diener winden sich, ziehen über unverstandene Liebe her. Mir bleibt nichts, gab alles an dich. Ich sitze allein, schreibe undeutlich elende Worte und warte nunmehr. Ich war ein Mädchen, du riefst mich. Mir bleibt nichts, gab alles an dich. Gut, ich habe schon bessere Gedichte gelesen. Naja, Leute, ich würde sagen, man muss kurz mal gucken, wie das überhaupt geht. Spiel. Ah ne, ich glaube, dafür muss ich pennen, ne? Das ist auch bei Rockstar Games immer so. Warte mal. Das hier ist unser Lager, oder? Ja. Wenn ich jetzt schlafe. Ich teste das mal kurz, dann müsste ich speichern, oder? Wir schlafen bis zum Morgen. 20 Stunden, nach so einer langen Session, nach so einer langen Session, 20 Stunden durchpennen. Ich würde gerne noch gucken, was wir da auf dem Tischchen stehen haben, aber das machen wir in der nächsten Folge. Oh, okay. This guy, the galaxy. All right. Gut, Leute, normalerweise müsste das jetzt gespeichert haben, ne? Trotzdem mache ich sicher halbweise hier nochmal spült speichern. Sicher ist sicher. 7 Prozent, 20 und 59, 8er, 2er, 22. Äh, das möchte ich gerne überschreiben. Ja. Das ist nämlich noch unser alter Spielstand, oder? Jetzt 28, der 12, der 69, haben wir gesehen. Aber auch an der gleichen Stelle quasi, wie ich damals bis wo nicht irgendwann mal gespielt habe. Am PC hatte ich, glaube ich, einfach mal getestet, wie das Spiel läuft, fast schon im Jahr. Mein Gott. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für diese Aufnahmen und Folge. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Wir sehen uns in der nächsten Folge morgen wieder. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und den Kanal zu abonnieren und nichts mehr zu verpassen. Und dann, Leute, wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag oder Nacht. Macht's gut. Ciao.